Ich hab nicht gehört. Let's go. Vielleicht kann's noch Battlefield sein, aber... Kriegen wir einen Switch ist die Frage. Ich möchte, ich möchte das... Oh, Bayonetta! Wir waren beide komplett. Nein, also... PT? PT ist fast wie Bayonetta. Ich sag, Jigglypuff ist näher dran an Bayo als PT. Ja, okay, hast recht. Okay, lass uns das Set kommentieren. Okay. Bayonetta gegen... Was sag ich zu dem Match? Ich denke, Bayo kann einen guten Combo. Auf jeden Fall, ja. Aber das gilt, glaub ich, immer für Rob so. Ja. Oh! Das sind einfach schon 88%. Aber... Aber er muss natürlich den Kill finden. Und der killt auch sehr gerne mit dem Kaune her. Ne? Von... Oh, das ist der Kill! Zero to death für den ersten Box. Oh, das ist doch ein guter Anfang. Was ist mit diesen Jungen los? Was hat der gefrühstückt? Dass er so eine Performance-Anfang ablegen kann. Er... Er macht das! Oh mein Gott! Er ist einfach den... Er ist einfach schlau! Er ist warte! Er ist so genial! Wieder down her! Let's go! Er liebt den Muffi! Ich sag's dir! Alter, das sieht bisher sehr, sehr clean aus dem Simon! Er kann... Er kann... Er kann nichts machen! Denk ich! Oh! Der Down-Smash! Bisher sieht's nicht gut für Missing Name aus, wenn wir das gerade mal so sagen dürfen! Oh! Kommt die gar nicht ins Set rein! Oh! Hey! Wir... Wir kommentieren hier! So! Und das ist der Kill! Boah! Auf jeden Fall kriegt ihr gerade richtig schön... Die Bio-Commerce sind ertorten! Oh mein Gott! Das würde ich mir nicht gefallen lassen von Missing Name! Äh, warte! Das würde ich mir nicht gefallen lassen, wenn ich Missing Name wäre! Ja! So ist es richtig! Und wieder! Wieder! Einfach weil er es kann! Einfach weil er es kann! Richtig! Wichtig, dass er da... Er ist tot! Irgendwie glaube ich aber, er wollte ihn aberern und dann taunt er! Also... Also schießen! Okay! Obwohl ich glaube, das klappt nicht gegen Wob, aber... Ich kann... Ich kann mich auch von jedem Teil überzeugen lassen! Er wollte... Er wollte kottern! Ja! Aber Missing Name gibt nicht auf! Wir kennen ihn zu gut! Missing Name fängt erst beim letzten Stock an! Richtig zu spielen! Oh! Oh! Aber! Aber! Nein! Er ist tot! Er ist tot! 1-0! Ein sehr, sehr cleanes Game 1 für Psymon! Vor allem sehr schnell gespielt! Ob Missing Name darauf adapten kann? Ja! Das frage ich mich! Missing Name ist sehr gut in Adapt! Muss man aber dazu sagen! Das stimmt! Also je länger ein Set geht, desto besser wird Missing Name, würde ich sagen! Das stimmt! Mal sehen, ob sie auf PS2 bleiben! Würde ich so unterschreiben! Ich höre hier Gear schon neben mir am seufzen, weil er gar keinen Bock auf Bio hat! Achso! Der muss danach gespielt! Ja genau! Deswegen ist er hier! Einfach Gear neben uns! Stellt sich jetzt natürlich die Frage, ich will jetzt hier kein... Ja? Kein Beef oder so anzetteln, ne? Aber... Welche Map? Und... Wer ist die beste Bio in Berlin? Das stimmt! Das fragen wir uns alle! Ist es Daiki? Ist es Daiki? Oder ist es Raimon? Das war's doch noch schon! Die beiden gibt's nur, oder? Ja! Also die anderen... Bayonetta-Spiele haben alle glaube ich aufgegeben in Berlin! War die eigentlich hier? Ne, ne? Malicier! Malicier! Aber ich... Ich glaube Pool 2, oder? Vielleicht kommt auch Pool 2 erst! Na gut! Wir wissen das nicht! Auf jeden Fall geht's weiter! Rob gegen Bio! Vielleicht hätte ja auch ein Charakterwechsel kommen können! Man weiß es nicht! Ich weiß aber auch nicht was... Von Missing Name? Ja! Ich würde das nicht so gut machen, aber er hätte es auch ohne machen können! Oh mein Gott! Er will die Edge Card! Oh! Er hat... Er hat Potente bekommen! Es ist nicht mehr... Es... Okay, in den Gyro rein! Oh! 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 Der Kill! Was?! Da hat selbst Missing Name überrascht geguckt! Ja! Dass er auch schon gekillt hat! Missing Name fragt sich gerade was falsch ist! Wie... Wie hat Mali interessiert? Ist die Frage... Dass das so passieren konnte! Oh! Da ist der Parish! Bayon zeigt hier auf jeden Fall, dass er Motivation und Bock hat besser zu werden! Und das sieht man auf jeden Fall! Er ist... Er ist wahrscheinlich auch eher ein Newcomer, soweit ich weiß! Das wäre auf jeden Fall eine Upside, würde ich sagen! Ja, würde ich auch sagen! Oh mein Gott! Wieder... Das zweite Mal jetzt schon! Missing Name... Missing Name kommt hier gerade gar nicht auf das Match-Up klar! Das stimmt! Es wird hier weggekommen und wie sonst was! Ich sag... Richline? Er wollte Richline, glaube ich, wieder machen! Oder Back-Hare? Ich weiß es nicht! Oh mein Gott! Der ist... Er ist falsch! Gut recovered von Missing Name! Und die Back-Hare! Wird das der Free-Suck? Man weiß es nicht! Ich hab Simon wirklich noch nie spielen sehen, aber das was ich hier sehe, überzeugt mich komplett! Sehr? Das gefällt mir! Das gefällt mir, sag ich dir! Sehr gut! Also er war... Er war auf ein Bonki-Bracket, soweit ich weiß, wo Marley gewonnen hat! Okay! Und vielleicht hatten sie sich beide auch Tipps gegeben, wer weiß, ne? Biospieler helfen sich gegenseitig, das ist doch was Schönes, ne? Mhm! Da kommt... Oh, das ist wieder der... Weil er es kann! Und diesmal hat es sogar geklappt und kriegt daraus ne fette Conversion! Also es hat nicht geklappt, aber er hat trotzdem was raus gemacht! Es ist sehr witzig! Die Rich-Time ist sehr witzig! Oh mein Gott! Nein! Lass dich nicht Freestocken! Bitte! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh es ist es! Das war's! Oh was? Oh mein Gott! Er lebt! Und die Back-Hare! Das ist es! Alter! Ein Freestock and a Handshake! Bro! Ein cleanes 2 zu 0 von Psymon! Was macht er als nächstes? Er spielt gegen Gear! Wird er Gear auch rasieren? Ist die Frage! Die ich mir stelle! Gear hat auf jeden Fall gar keinen Bock! Aufs Matchup meinte er schon zu mir! Deshalb sind wir sehr gespannt, wie das ablaufen wird! Ich weiß nicht, ob wir das jetzt on-stream sehen! Das war...